Hey, hallo Leute! Ich will heute zeigen, was ich so mit rausnehme auf die Touren oder zu den Ausflügen ins Camp und was vielleicht auch als Prepper Food zählt. Und ich hoffe doch, ihr seid dabei! Ja, und heute will ich zeigen, diese Müsli-Riegel und zwar sind die von Brub, also ich sag jetzt nicht, woher sie sind, sind auch keine ganz besonderen. In dem Sinne findet ihr in jeder Süßigkeiten-Abteilung im Süßigkeiten-Regal im Handel. Ganz normal dann vom Prepper-Faktor her gesehen, die waren jetzt so circa anderthalb Jahre haltbar, kann ich jetzt gerade nur circa sagen, ich weiß nicht mehr genau, wann ich es gekauft habe. Gibt kurzweilig Energie, gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, soll jetzt auch eher so eine Anregung sein, wenn ihr mal nicht wisst, ich habe heute keinen Bock zum Grillen oder ich will hier keine riesen Sache machen, sondern nehme mir einfach nur kurz einen Snack mit. Das ist ganz okay, ich nehme das gerne mit, ist von meiner Seite aus absolut zu empfehlen. Euch sag ich, vielen Dank fürs Reinschauen, geht raus, daheim sterben die Leute. 3 . Mal Haus 3 . Untertitelung des ZDF, 2020